Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Homework Body Factory Part 1 in diesem Jahr. Wir starten mit unserem Warm-up. 30 Sekunden Skippings. 30 Sekunden Jumping Jacks. 3 Runden. Danach folgt der Mobility Teil. Beweglichkeit reinbringen. Vorbereitet sein fürs Krafttraining. Wir starten hier mit 5 Grinder mit Rotation. Danach folgt Plank Position. 5 Mal Schultermobilisation. 5 Mal Rotation rechts und links. Nächste Übung hier. Cobra to Downward Dog. Und zum Abschluss Squat with Rotation. Wenn wir dann aufgewärmt sind, folgt das Workout. Das Workout dauert insgesamt 12 Minuten als M-Wrap. As many rounds as possible. Einfache Übung. Air Squat. 10 Wiederholungen. Push-ups. Ebenfalls 10 Wiederholungen. Sit-ups. 10 Wiederholungen. Wenn es euch gefallen hat, geht auf unsere Seite www.bodyfactory-gundelfingen.de oder besucht uns auf Facebook. Viel Spaß mit dem Workout und bis zum nächsten Mal. Euer Body Factory Team. Bis zum nächsten Mal.